Es war damals ein bisschen anders wie heute vielleicht, da waren die Arbeitsplätze mehr oder weniger knapp. Mein Vater, der war Fliesenleger, da musste man auch immer mit arbeiten gehen, also der hatte schon mal ein Geschäft in der Industrie, Kaufmann gelernt, bin danach, sage ich jetzt mal ganz einfach, in den Trockenbaustoff gewechselt, habe bei der Firma Quickmix als Innendienstleiter den Vertrieb maßgeblich auch geleitet.